Ähm, nee, also ich will gar nicht so sehr übergehen, als das noch ein bisschen erweitern, weil wir nochmal über das Europa der Regionen sprechen sollten und das passt sehr gut dazu, weil so wie das klang, Alex, hast du, klang schon wie so ein kleines Plädoyer oder zumindest sehr empathisch, was das diese Vision oder diese Vorstellung betrifft. Und da hat ja eine, diese eine, also diese Politikwissenschaftlerin aus Graz, Ulrike Gero, dieses Buch geschrieben, das ja auch relativ viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat, die eine europäische Utopie und darin beschreibt sie ganz grob gesagt einfach nur den europäischen Superstaat und das Europa der Regionen. Also die Nationalstaaten sind eben, wie wir das jetzt besprochen haben, in so vielerlei Hinsicht nicht mehr kompetent oder spiegeln auch nicht mehr die neuen Gegebenheiten ab und das Ziel wäre dann der europäische Superstaat mit eben einem vollberechtigten EU-Parlament, mit dem Recht Steuern zu erheben europaweit, mit einem einheitlichen, also one man, one vote, nicht mit so einem Verhältniswahlrecht wie jetzt. Also ist das für dich eine positive Utopie oder was hältst du davon? Also ich glaube, wenn man ins Detail geht, wie sozusagen das Polity weiß, also ausgestaltet sein soll von den Institutionen und dergleichen, da würde ich mich jetzt gar nicht so sehr als der kompetenteste erachten. Ich glaube, das ist ein sehr bewährtes Mittel aus der katholischen Soziallehre, dass die Ebene, die sich selber sozusagen regieren und leiten kann, sozusagen aus sich selbst heraus das auch tun sollte, also sozusagen nichts von oben bestimmt werden sollte, was jetzt auch auf der jeweiligen unterliegenden Ebene behandelt werden kann. Die EU macht das ja genauso wie der deutsche Föderalstaat auch, also in Deutschland, also Schule, alles das mit Religion zu tun, also die ganzen identitätsbezogenen. So einem kleinen Blatt. Genau, es gibt auch kein Europa-Religionsrecht, das ist alles oft bei den jeweiligen Mitgliedsstaaten, also ich glaube, dass die kleinste mögliche Einheit eben gerade bei diesen Identitätsfragen zum Zuge kommen sollte. Und Europa hat ja eigentlich diesen inklusiven Ansatz, also ich bin jetzt gerade Gastwissenschaftler in Spanien, im Baskenland und was ja dann wiederum eine eigene Region ist, autonome Region und mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Geschichte. Und gerade wenn man in diese Konflikte in Spanien schaut, im Königreich Spanien, dann sieht man ja, dass eben, ich bin ja kein Spanier und auch bin ja da eher unparteiisch, aber man sieht, dass sozusagen diese Hülle oder dieser Schirm, den sozusagen so eine Nation oder so ein Königreich dann spannt, ja dann doch eben nicht ausreicht, um das, was die Menschen als ihre eigene Identität verstehen, abzubilden. Und das, glaube ich, hat Europa eben geschafft, überhaupt nicht diese Frage aufkommen zu lassen. Als ich noch in der Grundschule war, da waren halt die Italiener Idderga und die Griechen halt was weiß ich und heute ist das überhaupt, also es gibt die Wahrnehmung bis tief in die Provinz hinein, das ist jetzt keine Global Village Sache, die Wahrnehmung, dass wenn man zum Italiener im Dorf geht, da geht man nicht mehr zum Ausländer. Das ist schon irgendwie alles eingemeint und das ist der richtige Weg. Wie der am Ende dann sozusagen auch demokratietheoretisch aussehen soll, wie sozusagen, ob man jetzt von einem europäischen Superstaat oder von einem Föderalstaat oder vom Europa der Vaterländer spricht, da bin ich vielleicht auch nicht visionär genug. Ich glaube aber, dass ein Weg zurück auf jeden Fall der falsche ist. Also ich glaube, das kann man mit großer Sicherheit im Blick auf die europäische Geschichte sagen, dass wann immer der Nationalstaat angerufen wurde, er das zu Problemen führte. Und eine Seitenbemerkung auch nach England und Brexit, wo man eben sieht, dass gerade diese Vernetzung innerhalb einer der europäischen Gemeinschaft dazu geführte, dass enthobene Eliten, zu denen so ein Boris Johnson ja sicherlich und Nigel Farage ja sicherlich gehören, eben nicht mehr machen können, wo sie gerade Bock drauf haben. Sondern man einfach in so einem Eingebunden ist und es dann Kritik gibt oder vielleicht man irgendwie, die Ösis haben auch irgendwann mal rechts gewählt, dann hat die EU gesagt, das ist aber nicht so geil. Und das heißt also, wenn solche Leute wie Farage sagten, wir wollen unser Land zurück. Ja, die wollen das Land zurück, um es eben so nach Gutdünken eben einfach weiter zu regieren, wie es für Jahrhunderte der Fall war. Ich muss jetzt ein bisschen ketzerisch fragen, kann das nicht auch ein bisschen an Deutschland liegen, dass die Engländer wollen ihr Land zurück, die Franzosen wollen es den Deutschen heimzahlen oder wollen nicht länger unter Merkels Fuchtel stehen, die Italiener ächzen auch, die Griechen sowieso. Also das Versprechen der Europas ist ja auch ein Konvergenzversprechen. Also dass wir uns einander annähern, was Wohlstand betrifft, was Standards, demokratische Standards betrifft und gerade was Wohlstand und Wirtschaftsleistung oder Wettbewerbsfähigkeit betrifft, hat diese Konvergenz ja noch nicht so gut funktioniert. Und jetzt die ketzerische Frage, das spielt ja jetzt auch Helmut Kohls Tod, gerade das sehr aktuelle Thema. Jetzt liest man überall in den Medien, Helmut Kohl wollte ein europäisches Deutschland und kein deutsches Europa. Wie empfindest du das? Also what's your take? Also absolut, also das glaube ich auch absolut richtig. Also ich würde sagen jetzt auch nichts Neues, denke ich, aber für, also ich glaube das. Also kein Lehrmeister, kein Zuchtmeisterschäuble, der den Griechen fiese Austeritätsprogramme aufdrückt. Also das sind jetzt nun, also das ist ein großer Spagat jetzt. Versuchen wir mal diesen, das ein bisschen zu entflechten, was du jetzt alles angesprochen hast. Also ich glaube zum einen, der Euro als, für den Euro galt der Primat des politischen und nicht der Primat des ökonomischen. Das heißt also, die europäische Einheit sollte durch eine Einheitswährung implementiert werden. Ist nicht passiert. Na doch, also ich bin ja noch nicht so weit. Also der, also diese, der Gedanke war, Deutschland gerade als stärkste Wirtschaftsmacht, aber auch generell sozusagen die Verflechtung und hintereinander, das hintereinander wirken der Mitgliedsländer dergestalt zu vertiefen, dass ein Krieg zwischen diesen Nationen unmöglich ist. Das nenne ich den Primat des politischen. Und diesen Primat des politischen hat Helmut Kohl, also meiner Meinung nach vollkommen zu Recht und genau so. Also die Frage ist dann, aber passt das dann irgendwie, funktioniert eine Währung dann sozusagen in der globalen Welt, die nun auch 2017 oder als die Krise 2008 ausbrach, auch wiederum eine ganz andere war, was die, die Folgen der Globalisierung, die, die Finanzströme und das ist ja alles für den 1930 geborenen Oggersheimer oder Ludwigshafen, da muss man ja sagen, ja vielleicht auch alles nicht antizipierbar worden. In der Ära Kohl und in der Wendephase galt der Primat des politischen und die Einbindung des wiedervereinigten Deutschlands in die Europäische Union. Und ich glaube, dass da auch sehr viel richtig gemacht wurde und die, ehrlich gesagt, im Nachhinein dann die vielen Reformen oder Integrationsschritte, dass man da oft genug auch nicht mutig war. Dann ist die europäische Verfassung gescheitert, dann ist der Vertrag von Lissabon als sozusagen so ein kleines Trostpflaster in die europäische Geschichte eingetreten. Also das ist sicherlich etwas, was das Erbe Kohls jetzt in der Weise nicht schmälert, aber letztendlich viele Fragen für die Zukunft auf sich wirft. Also wie macht man aus diesem guten Anfang etwas, das eben nicht zur Spaltung führt zwischen Süd- und Nordländern und so. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, wo jemand wie ich immer sagen würde, dass mehr Integration die Antwort ist. Also wie du es eben gerade gesagt hast oder diesen Aufsatz zitiert hast, dass Europa immer mehr zu dem werden müsste, was heute eine Nation oder ein Land ist. Also mit dem Recht, Steuern zu erheben, eine gemeinsame, von mir aus Armee zu haben, auch in der Tat eine wirkliche gemeinsame Außenpolitik. Und ich hoffe, dass jetzt die deutsch-französische Lokomotive, also die Lok ist vor allem in Frankreich und die Merkel sitzt halt mit drin. Also das ist ja auch alles gut, aber und Frau Merkel hat ja auch angedeutet, dass man europäische Verträge auch nochmal anschauen und aufmachen kann. Also das sind vielleicht die richtigen Zeichen, um diese Integration voranzutreiben. Eine kurze letzte Nachfrage, also du würdest der Bundeskanzlerin sozusagen raten, Macron dabei zu helfen, eben diese Versprechen, vor allem auf Europaebene, also ein Eurozonenbudget, vielleicht eine Form von Eurobonds in einer bestimmten Spielform, das zu verwirklichen. Wir haben ja die Eurobonds ja längst, ohne dass sie so heißen. Wir haben ja dadurch, dass, ach Gott, das ist ja auch wieder Jahre her, die ganzen Maßnahmen der EZB haben ja dazu geführt, dass wir zwar keine Eurobonds haben, aber de facto ja schon, weil wir ja doch in gewisser Weise mithaften Kredite gegeben haben und so. Und dass es da vielleicht auch über, wie soll ich sagen, Übergangsphasen gibt, das ist auch klar. Und es ist auch vollkommen klar, dass eigentlich ökonomisch betrachtet Griechenland niemals in den Euro gehört hätte. Aber politisch hat man immer gesagt, natürlich gehört dieses Land in diese Eurozone. Und da sieht man eben, wo die Prioritäten, die damals eben klar auf den politischen lagen, einfach dann 15 Jahre später zu Problemen führen. Und müssen die Deutschen, also müssen die Griechen einfach ein bisschen deutscher werden oder die Deutschen ein bisschen griechischer? Naja, wir sind ja dadurch, dass ich jetzt ja in Amerika drei Jahre da mich getummelt habe, wir sind ja insgesamt als Europäer ja, also uns da viel näher, als wir denken. Also es ist zum Beispiel kein Land Europas, in dem vielleicht England, aber das ist ein angelsächsisches Land, also kein Land, so ein kapitalistisches Land, wie jetzt die Vereinigten Staaten. Also das heißt, wir haben also keinen, also der, also ich kenne überhaupt keinen europäischen liberalen Politiker, der jemals, und das wäre bei Amerikanern ganz anders, so das sehen wir ja gerade irgendwie, Gesundheitskrankenkasse für alle irgendwie abschaffen will oder Pensionen für alle oder irgendwas. Also wir haben ja schon gemeinsam, also ein Level an Sozialstaatlichkeit erreicht, das es außerhalb dieser Insel Europas eben nicht gibt. So und das heißt, also da muss man, dann hilft schon mal der Blick von außen wieder auf Europa drauf, dass wir eigentlich dann doch viel mehr gemeinsam haben, als man dann denkt. Und das ist schon klar, die Frage nach der Austerität, das hat eben damals auch zwei Lager gegeben und die eher konservativen Liberalen haben gesagt, nee, wir machen mal, wir konsolidieren mal Finanzen und die eher Linkeren haben gesagt, wo ist die Druckpresse? Und ich persönlich neige schon eher dazu, also nicht irgendwie da, wo nichts ist, kann man nichts ausgeben. Also wir sind ja auch nicht umsonst in diese Krise geraten, weil eben die Staatsschulden auf einmal ins Interesse der internationalen Finanzspekulatoren gefallen ist. Das heißt also, diese Frage dann mit noch mehr Schulden zu beantworten, wäre in meiner Meinung nach in der damaligen Zeit falsch gewesen. Gleichzeitig hat das unglaubliche Härten wiederum bei Bevölkerungsgruppen wie griechischen Rentnern ausgelöst und so ein Dilemma erstmal auszuhalten und dann aufzufangen. Ich glaube, keiner von uns möchte darüber jetzt auf einer Tagesebene eben die politischen Entscheidungen treffen und dann verantworten. Ich meine, du hattest angeführt gehabt, dass die Idee Europas ursprünglich eine politische Idee war, es war weniger eine wirtschaftliche. Aber haben wir vielleicht gewisse Dinge auch unterschätzt und die Eigendynamik, gerade die wirtschaftliche Dynamik auch vielleicht übersehen? Weil mehr und mehr, und das merken ja nicht nur mittelständische Unternehmen hier in Deutschland, merken wir, dass dieser Binnenmarkt, den wir hier in Europa haben, sehr wertvoll ist. Und haben wir vielleicht dann auch überschätzt, dass Kooperationspartner oder vielleicht auch andere Länder vielleicht auch das im Blick behalten und dass die Reaktion von Trump, der Beifall des Brexits, vielleicht weniger eine Befürwortung der Nationalität ist oder der Eigenstaatlichkeit ist, als vielmehr das Aufbrechen der Wirtschafts- und vielleicht neue Kooperationspartner zu finden. Ich meine, ich habe zumindest bei dem Interview gemerkt, dass wir uns auch angeschaut haben, dass sich das schon etwas gewurmt hat und dass das etwas ist, was du nicht begrüßenswert findest. Was nochmal genau? Es ging darum, dass Trump letztendlich den Brexit befürwortet hat und dass das für dich etwas ist, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Gerade wenn man den Blick und gerade wenn man die Vergangenheit sich anschaut und Deutschland und vielleicht auch die EU als etwas versteht, was Teil eines westlichen Bündnisses sein soll. Und das etwas ist, was gerade gegenläufig ist. Aber dass das vielleicht immer mehr in den Hintergrund gerät und man vielmehr letztendlich Europa mehr als wirtschaftliche Einheit versteht. Ja und da hat auch England auch immer Europa anders begriffen und das hat etwas mit anglosächsischem Utilitarismus zu tun und eben auch mit der viel größeren Nähe zu dem Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts. Und da ist sozusagen Kontinentaleuropa, sagen wir jetzt mal Deutschland mit seiner Tradition von Immanuel Kant, also auch ganz anders aufgestellt. Auch das hat ja in der Vergangenheit zu, auch in der Flüchtlingskrise, der Bewertung der Flüchtlingskrise ja zu Karambolagen geführt, weil man eben dann doch mit den eigenen Identitäten aus der Geistes- und Kulturgeschichte eben dann auch zu anderen Ergebnissen gekommen sein mag. Aber um auf den Brexit zu schauen, da zitiere ich gerade eine der größten politischen Talente des Vereinigten Königreichs, nämlich Lord Buckethead, den ihr vielleicht gesehen habt bei John Oliver, also großartiger ist, also wisst ihr, von was ich rede, also Lord Buckethead, unbedingt mal nachschauen. Und so, und er hat einfach nur gesagt über diese Brexit-Verhandlungen, it's gonna be a shit show. Und das ist es eben. Also sozusagen, man kann eigentlich sagen, Dinge, die Donald Trump applaudiert, sind großer Scheiß. Also die USA sind, also die Aufkündigung von TTP, dieses Freihandelsabkommens zwischen, ich glaube 14 Staaten waren es am Ende, vor allem asiatische, China außen vor, sozusagen Amerika in diesem pazifischen Jahrhundert, versuchend da Fuß zu fassen und da sozusagen sich einzunisten, wenn man will, ist gecancelt. Ja gut, dann guckt halt China nach anderen oder asiatische Länder, gucken dann halt eher nach China. Auch die Bundesrepublik schaut jetzt viel mehr nach China, also Amerika ist mit diesem Isolationskurs. Und wenn es den erst nach acht Jahren korrigieren würde, dann also auch wirklich nachhaltig geschädigt. Das Vereinigte Königreich ist auch geschädigt, also Pfund runter, die Banken gehen nach Frankreich, nach Frankfurt, die Startups hoffentlich nach Berlin, weil dieser große, erfolgreiche, 600 Millionen Mal, was weiß ich, aufgerufene, die FDP mit keep calm and move to Berlin. Also das heißt, man kann schon sehen, dass eine einseitige Aufkündigung dieser partnerschaftlichen Agreements, die ja eben, da kann nicht jeder 100 Prozent kriegen, aber man versucht eben in gewisser Weise für alle das Bestmögliche zu schaffen. Hat aus meiner Sicht England halt nichts gebracht, also gar nichts und auf lange Sicht auch nicht. Und wenn es schief läuft, also tritt England aus der EU aus nach 40 Jahren eh schlechter Ehe und hat überhaupt nichts in der Hand. Das kann ich also überhaupt nicht befürworten. Und dass jemand wie ein Donald Trump anders als Barack Obama das irgendwie beklatscht, zeigt halt einfach, dass er entweder doof ist oder von Russland bezahlt oder was auch immer. Es liegt nicht in dem Interesse der USA, dass die EU irgendwie als Wirtschaftsraum oder Wirtschaftsblock wieder in 28 Einzelbestandteile zerfällt. Da hat die USA überhaupt nichts davon. Und England hat auch nichts davon, jetzt oder das UK hat nichts davon, mit 27 Ländern irgendwie einen neuen Vertrag zu machen oder einen neuen Vertrag zu machen, den 27 Länder ratifizieren müssen. Es macht halt einfach keinen Sinn. Und du hast ja noch gefragt, ob wir nur eine Öko, also diese Diskussion gab es immer. Und die Deutschen haben sich immer dafür ausgesprochen und gesagt, dass Europa mehr ist als ein Markt. Und ich bin ja nun jetzt auch ein Kind Deutschlands und ich habe das auch immer so gesehen. Unsere gemeinsame Geschichte, unsere Kultur, die religiösen und philosophischen Wurzeln, all das macht Europa zu Europa. Und dass wir ein Markt sind, ein gemeinsamer Markt sind, auf dem wir sozusagen wirtschaften, das ist eben deswegen möglich, weil es diese großen Gemeinschaften gibt. Und Europa, die Kritik, Brüssel ist so groß, der Apparat ist so groß. Ah ja, jedes Mitgliedsland hat einen Kommissar, es wird in jede Sprache übersetzt. Das wird deswegen gemacht, weil man jedes Land, egal wie groß es ist, gleich fair und behandeln will. Und das hat man eben jahrhundertelang nicht gemacht. Da hat man es einfach annektiert oder aufgeteilt oder was auch immer. Also die EU hat den Friedensnobelpreis nicht gekriegt, weil sie so ein effizientes, irgendwie von McKinsey gestreamt leintes Unternehmen ist, sondern weil es eben ein Friedensprojekt ist. Also ganz kurz noch als Zwischenfrage. Ich meine, du hattest gesagt, dass du es ursprünglich auch so gesehen hast, weil du ja letztendlich, du als deutscher Bürger, die Auffassung hattest, das sei eher eine Wirtschaftsunion. Nee, umgekehrt habe ich gemeint. Für mich war das so, für mich, weil ich eben Deutscher bin, habe ich auch Europa immer mehr als mehr gesehen als einen Wirtschaftsraum. Für mich war Europa genau das, was es sagte, gemeinsame Kultur, gemeinsame Philosophie. Und das Wirtschaften, dass das so gut funzt zwischen den Ländern funktioniert, eben deswegen so gut, meiner Meinung nach, weil es eben auch ein gemeinsames historisches Erbe aller europäischen Nationen gibt. Aber wenn das, das klingt ja alles sehr gut und ich persönlich würde da sehr gerne einstimmen in diese Lobesgesänge, weil ich ja auch als jemand, der von einem EU-Land in das andere gereist ist, das ganz toll finde, dass es diese Freizügigkeit gibt. Aber wenn im französischen Wahlkampf alle Kandidaten von Le Pen über Fillon, den Konservativen, über Hamon, den Sozialdemokraten, über Macron bis zu Mélenchon, den linken Kandidaten, ein und dieselben Dinge kritisieren, nämlich die deutsche Dominanz in Europa, das Lohndumping, das deutsche Lohndumping in Europa, das unter anderem so eine Startup-Industrie, wie wir sie in Berlin haben, überhaupt erst möglich gemacht hat. Also die ganzen Spanier und weiß nicht wer alles, Italiener, die hier oder Bulgaren, die dann eben nach Berlin kommen und hier, das ist ja einerseits sehr schön und toll und erzeugt einen multikulturellen, vielseitigen Raum, aber gleichzeitig ist das natürlich ein Braindrain aus den anderen Regionen Europas und dass sich diese deutsche Dominanz, die sich jetzt eben schon über Jahre hinzieht, dann zum Teil auch zu einem Verhängnis geworden ist für europäische Regionen, zum Beispiel Frankreich oder Griechenland oder auch Teile von Italien, Spanien und man dann diese Verdrossenheit, die all das attackiert, was wir jetzt gerade hier loben, dass wir dieser Verdrossenheit nicht auch ein bisschen Verständnis entgegenbringen müssten vielleicht, um das besser zu verstehen. Also ich glaube halt, dass die Analyse nicht stimmt. Also ich glaube, dass wir, also das Europa, dadurch, dass es eben ein Land jetzt aus 27 ist, wir überhaupt gegen Lohndumping aus anderen Regionen, nicht europäischen Regionen, Bangladesch, was auch immer, überhaupt angehen können. Also ich glaube, also du musst heute mal nach Spanien fahren und ich bin da seit 25 Jahren, reise ich da hin. Das Land hat sich halt mega entwickelt, das Gehen nach Madrid, da ist kein Haus, nur Ruine, fahr mal mit dem spanischen Schnellzug. Jugendarbeitslosigkeit? Ja, Moment, 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 Moment. Meiner Meinung nach wäre es halt einfach viel schlechter und wenn das eben nicht so wäre. Also du siehst halt einfach, und Italien hat es halt immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, Rom sieht aus wie eine große Mülltonne. Und das hat auch nichts mit dem deutschen Exportüberschuss zu tun. Also das ist halt, also dass das ökonomisch gesehen Probleme kreieren kann, das ist mir alles bewusst. Aber ich glaube, dass die Verbindung, die gezogen wird, auch von Frau Le Pen gezogen wird, halt einfach nicht stimmt. Weil es ja nicht um ein sachliches Argument geht, sondern es geht ja eben um Populismus. Und wenn man irgendwie jetzt die ganze Zeit auf die EU geschossen hat, dann brauchen wir vielleicht noch einen anderen Verein. Das ist dann halt Deutschland. Und ich meine, also mit dem Beginn der Globalisierung, und das ist ja jetzt 25 Jahre her, da war die EU auch nicht das, was es heute ist. Da war auch Deutschland nicht das, was es heute ist, sind schon Arbeitsplätze, also durch Automatisierung weggefallen, aber auch eben durch günstigere Produktion eben in andere Länder gewandert. Jetzt haben wir die nächste industrielle Revolution, wir drucken uns morgen vielleicht unser Auto aus und dann haben die Bangladeschers wieder keine Arbeit. Und dann ist es auch wieder, das ist der nächste Schritt sozusagen, dann ist es auch wieder ein Problem. Also die Diskussionen werden ja dann geführt, was machen denn die Mexikaner, wenn sie unsere Autos nicht mehr zusammenschrauben? Oder wenn der Donald Trump irgendwie Müll erzählt über die deutschen Autos, die werden in amerikanischen Fabriken von amerikanischen Arbeitern gebaut. Also ich weiß gar nicht, von was der träumt und was der nimmt. Und das heißt also, diese Probleme für den Arbeitsmarkt und auch so einen globalen Arbeitsmarkt, die sind eher in so einem Sinne zu betrachten wie Earthrise, also guck mal auf die Welt, sieh was durch Automatisierung und Digitalisierung passiert. Und da ist Deutschland überhaupt kein Weltmeister in diesem Wandel zu gestalten, also gar nicht meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass das, was du sagst, das wird eben oft so, also deswegen, du hast es ja nur referiert und das wird auch oft so zusammengebracht. Das ist für mich aber nicht korrekt. Ein anderes Ding, und das halte ich für sehr valide, was du gesagt hast, eben, wie geht man denn mit Leuten um, die von diesem Wandel konfrontiert sind und von diesem Wandel Angst haben? Und da gibt es dieses Buch, ich vergesse immer den Autor, aber das Buch heißt The Future Shock. Und das ist knapp 50 Jahre alt und der Autor stellt damals, also das war auch eine Zeit, in der vielen technologische Erneuerungen und so weiter da die Welt in Atem hielten. Und der sagt halt, also das kann man in einer Line zusammenfassen, es gibt einfach Phasen in der Menschheitsgeschichte, in der passiert so viel Neues, dass es selbst die Eliten schockiert und man Angst vor dieser Zukunft hat, weil es einfach so komplex ist, das alles zu verstehen. Und ich glaube in der Finanzkrise 2008 und in den Folgejahren, als dann auch Parlamentarier in Deutschland einfach nur noch ein Rettungspaket abgewungen und so weiter haben, die auch gesagt haben, krass, was passiert hier eigentlich, das ist alles, und das ist auch in gewisser Weise, warum Eliten in ganz Europa auch Angst vor diesem, oder auch sich sozusagen hinreißen haben lassen, diesen neuen rechten Kram irgendwie toll zu finden. Und das muss man natürlich ernst nehmen, es gibt Zeiten, in denen Wandel so schnell ist und so akzeleriert und so exponentiell ist, dass der Menschen auch Angst macht. Und wenn einer sagt, wir leben in so einer Zeit, dann hat er recht. Aber haben wir dann nicht vielleicht das Problem, dass wir den Leuten vielleicht das nicht richtig nahe bringen, dass wir vielleicht auch nicht mehr den Wandel vielleicht, oder vielleicht eher das Problem besteht, dass wir den Wandel als Bedrohung vielleicht auch zu sehr präsentieren? Ich meine, wir alle müssen uns vielleicht mal die Frage stellen, in der Art und Weise, wie wir vielleicht gewisse Migrationsbewegungen, Globalisierungstendenzen und alles, was letztendlich über die Veränderung der letzten Jahrzehnte zustande kommt, wie wir das wiedergeben. Und vielleicht auch in der Art und Weise, wie die Wiedergabe stattfindet, dass wir immer einen gewissen Kern bereithalten, der das Einfallstor für Angst und für Frustration und vielleicht auch Hass vielleicht bietet. Also es ist vielleicht nicht ein Problem der Kommunikation? Also das ist ja so allgemein gefragt, dass ich niemals sagen könnte, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube halt auch, dass der Future Shock sagt, es ist nicht eben der Bauer in Wormsüß-Oppenheim, wo ich herkomme, der jetzt Angst vor dem Wandel hat, sondern das erfasst eben alle Glieder einer Gesellschaft, dass ein Wandel so groß ist. Und die Frage, drucken wir morgen unsere Autos aus, das ist einfach schwer zu umreißen. Und werden wir alle irgendwie morgen Dichter oder Maler, wenn die Automatisierung wieder sozusagen hunderte, hunderttausende von Jobs killt. Und dann muss man erstmal diese Ausdauer und auch den Mut haben, so eine Übergangszeit, in der eben Gesellschaften dieser Disruption ausgesetzt sind, überhaupt zu überbrücken. Deswegen schätze ich den Christian Lindner so sehr, der versucht Step for Step sozusagen den Deutschen das zu erklären und das als Chance zu begreifen. Weil der Wandel geht nicht weg, wenn man so tut, als gäbe es ihn nicht. Vielleicht, wenn wir dann langsam zum Schluss kommen der Runde und noch einmal versuchen, da so ein bisschen den Bogen zu spannen, was wir aus diesem Gespräch mit dir mitnehmen. Und zwar, dass du selbst als jemand, der irgendwie zu der Global Village gehörst und du reist viel, du bist viel unterwegs und schätzt sehr eben dieses Internationalismus oder diese Geisteshaltung. Dass wir eben, wir sind vielleicht in unseren Regionen verhaftet, in unserer Identität, aber im Prinzip haben uns die, insbesondere die letzten 25 Jahre, wie du gesagt hast, Globalisierung und die neuen Technologien eigentlich vor allem im Westen zu einer großen Gemeinschaft zusammengebracht. Und du warnst davor, dass man sich diese Errungenschaften und großen Fortschritte kaputt machen lässt und schlecht reden lässt von Leuten, wenn ich, unterbrich mich, unterbrich mich, wenn ich das falsch sage, von Leuten, denen dieser Wandel zu schnell geht oder die Angst vor diesem Wandel haben. Ja, also ich glaube, das ist ein Teilaspekt, aber ich glaube, weil du das jetzt ja wieder mit diesem politischen Illiberalismus à la Orban oder Erdogan oder so zusammenbringst, das nochmal anders, weil ich glaube, die wollen das ja bewusst ausnutzen. Also die wollen ja eben diesen Wandel nicht moderieren, sondern die wollen sozusagen mehr Macht wieder für sich, für ihr kleines, süßes, autokratisches Absurdistan eben haben. Und das bedeutet eben, sich zurückziehen von internationalen Agreements. Das ist ja der Grund. Also was ich über den Brexit gesagt habe, gibt es ja für die Orbans und die Polen, die sagen, ja, aber unser Antisemitismus ist halt irgendwie ein nationales Kulturgut, weil wir sind halt nicht, wie ihr in Westeuropa. Ja, das zählt halt nicht. Ja, das ist halt einfach das Bullshit. Aber das hat aber wiederum nichts damit zu tun, dass die, wie es offen haben, habe ich es gerade auf Facebook wieder gepostet, war Fronleichnam, 250 Meter langen Blumenteppich vom Kapellchen runter ins Dorf gelegt, dann war die Prozession. Das ist mein Herz, da komme ich her, das ist einfach so, wie wir halt sind. Und da kann ich hundertmal jetzt nach China gehen oder in Amerika wohnen, das ist halt einfach zu Hause und das ist auch Teil von Identität. Und das hat auch in der Welt, die ich im Kopf habe, auch alles seinen Platz. Gleichzeitig politisch betrachtet, was die Fronleichnamsprozessionen wie Soppenheim hatte, überhaupt nichts politisches. Aber wenn ich jetzt gucke, die großen Fragen, Migration haben wir gar nicht viel darüber diskutiert, Klimawandel, da gibt es keinen anderen Weg, als multilateral auf globaler Ebene diese Fragen zu diskutieren. Deswegen ist ja die USA, das muss man sich vorstellen, Nicaragua ist nicht beim Klimatreti dabei, weil sie eh schon besser sind, als das, was das Treti will. Und die Syrer haben halt gerade einen Bürgerkrieg und die USA machen nicht mit. Jetzt ist ja die Frage, wer ist da auf der falschen Seite der Geschichte? Jetzt Mehrheiten definieren jetzt nicht irgendwie immer und automatisch das Richtige, aber ich glaube im politischen Bereich ist es ja so, dass man auch keinen Harvard-Abschluss braucht, um zu verstehen, dass Klimawandel, wenn es ihn gibt und wie er sich ausgestalten mag, da streiten sich ja Akademiker drüber, das ist ja auch zu Recht. Aber dass man, wenn man Leute fragt, kriegen wir das gemeinsam gelöst oder macht das jeder für sich, dass man dann natürlich sagt, gemeinsam ist besser. Und das haben, das schließt ja den Bogen zu der ersten Frage, ich glaube das haben in Europa, Gott sei Dank, bei den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich und ich hoffe auch in Deutschland, also die Mehrheit der Leute halt verstanden. Okay, ich habe dazu nichts hinzuzufügen, falls du mich gerade Frank deswegen anguckst. Ich habe dazu auch nichts mehr hinzuzufügen, ich würde vielleicht nochmal pointieren, mal sehen, ob du das so stehen lässt, Alex, ich würde nochmal pointieren zum Abschluss sagen, du findest einen Ausstieg aus dem laufenden Geschäft, also der internationalen Staatengemeinschaft macht keinen Sinn und ist auch gar nicht möglich. Also wenn die USA jetzt aus dem Klimaabkommen aussteigen, dann wird sie das einfach nur vier oder acht Jahre zurückwerfen, aber es wird nichts daran ändern, es wird nichts an dem Lauf der Geschichte. Ah ja, jetzt fährt der chinesische Präsident durch die Weltgeschichte und ist halt irgendwie der letzte Verteidiger von Freihandel. Ich meine, und da muss man auch, also das heißt ja was, also diese Stelle ist ja jetzt einfach nicht, es ist ja nur, weil Donald Trump sagt, wir machen das nicht mehr, haben ja die anderen Nationen oder Menschen ja nicht ihren Verstand verloren. Jetzt geht halt China sozusagen da vorweg und das wird zum Nachteil der USA sein. Die Deutschen haben das verstanden, dass man mit den Chinesen dann halt auch irgendwie mehr machen muss und deswegen war der Ministerpräsident da. Jetzt kommt irgendwie der Präsident, kommt in zwei Wochen wieder nach Berlin. So, das ist halt, wenn man sich aus der Riege der Vernünftigen verabschiedet, dann ist man halt irgendwie dann auf einmal mit Syrien und Nicaragua zusammen. Gut, dann nehmen wir das als Schlusswort, als beherztes Schlusswort von dir und hoffentlich oder vielleicht können wir das Gespräch ja in einiger Zeit wiederführen und gucken dann, wer auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Ja, danke für die Einladung. Also Alexander Görlach, vielen, vielen Dank. Danke euch.